Hallo ihr Lieben und seid herzlich Willkommen zu einem League of Legends Gameplay und zwar ist es noch besonderer als sonst Wir spielen zusammen über Skype auch noch mit den Losers nur dass sie nicht in meinem Team sind sondern ich sie jetzt erstmal richtig zerfleische Ja der liebe Mike ist auch direkt in den Jungle gegangen um uns richtig zu zerpflücken Egal wo wir hingehen Aber ich hab keinen Twilight Jungle Er hatte nämlich Angst auf die Botlane zu kommen Was? Hättest du mir vorgesagt wäre ich direkt gekommen Oh yeah Habe ich aber auch gehört ich dachte wir haben so gesagt wir gehen Bot und dann meinte Mike so okay dann geh ich lieber in Jungle Genau so war das Genau so war das Du bist, wo in Weltdeer zu fünft stehen wir hier Nein 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 da ist doch Hat er noch nicht gesehen Aber Einen fetten Chakos geht weg da Hahahaha Oh Oh nein ich hab aus gesehen Ich hab aus gesehen F gedrückt What the heck Hahahaha Er flasht einfach rüber alter Was für ein Trottel Ich hab aus gesehen F gedrückt Was ein Trottel Ich wollte nur G drücken Ey Ey G und F sind eindeutig zu naheinander Oh Ja Was für ein Japp 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 Ihr spielt Braum Katelyn Bussies Ey ihr spielt in jedem zweiten Game Katelyn Hä Wieso Katelyn Wieso Katelyn Achso ich dachte immer was das Game Katelyn Null Hate Flame Achso ihr habt Ach Lucian Dem Abend ungefähr null kam Null ey minus null Sieh man nicht Und ich kann um nochmal kurz bevor hier der Krieg ganz ausbricht freundlich zu sagen Schaut in die Beschreibung da gibt's hier das Spiel aus der Sicht von den Losers Oh je Ja wir machen das spielabhängig wenn wir gewinnen kommt Mikes Link in die Beschreibung und wenn wir verlieren dann natürlich nicht Sie hört sich aus Ja sehr schön hier wird schön gepusht Level 2 Gang Bot Was Ja Fuck ich hab auch geflasht Spaß Das läuft mir selber nicht mein lieber Äh ich äh Du hast übrigens die letzten Last Hit nicht bekommen du Chogo Guck mal die flamen sich schon gegenseitig Dirk fängt das an So kann man keinen Krieg gewinnen Deko Weißt Chogo ist freundlich gemeint Du hast die Last Hit nicht gemacht du Chogo ich mag dich Ja so ist das So läuft das bei uns Was Ich find Kha'Zix Jungle echt Oh 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 Wow Oh Oh von Kälte noch richtig gut ablocken oh yeah oh yeah wer ist schon diese Kälte genau in dem mann wo ich schieße läuft sie weg den großen hol ich I will be the best wie so schön Wukong seid, oder? Wukong, der Affenkönig-Champion-Typ da ist das nicht sogar so eine chinesische Gottheit oder so? was? ja doch ich glaub schon ey das ist... kennst du nicht Smite oder was? du erwartest, dass alle deine Zuschauer Smite kennen oder was? ja wer kennt den Smite bitte nicht meinst du den Summoner-Spell? ja aber das Schlimmste bei Smite war wirklich, dass sie den lustigsten Spielmodus Domination haben die ausgenommen lustiger Spielmodus opi die Leona ziemlich aggressiv hier, ne? wir sollen übrigens den lieben Jakob grüßen, wie sich gerade war er nicht noch irgendein Gruß? DJ Jakob? den Jakob und den Luis schließt du noch, schließt du noch, grüßt du noch, grüßt du noch, grüßt du noch und dann wo? oh der Marvin spielt wieder wie du sie hier oh ich hab's doch nicht doch nicht was? was passiert da? ich kann da grad nicht hochdixen oh mein Gott wir hatten ja gar keine Chance die haben uns richtig gepflückt oh yeah Mike wird gepflückt den großen kann ich übrigens nicht hören was soll ich denn hab ich die Kohle? oh mein Gott ah das gibt doch einen Kiff wie Gegner wär mal geil, wenn du auch mal deinen Kohle triffst hier mein Lieber, ja? aber das wär schon sehr, sehr angenehm verwandelst ja eh nicht der Outdetek hat echt nicht gereicht echt jetzt? Alter, Renga und Kha'Zix hatten ja das übelste Duellpotenzial LOL, warum haust du da drauf? ich hab nicht mehr den Lasted bekommen das ist dein scheiß Problem ich hab nicht mehr den Lasted bekommen, ne? Alter, das ist dein scheiß Problem wenn der wenn dieses den Lasted bekommen hätte, ne? Aber ne Renga hat sich glaube ich Deathwerte gemacht hat sich dann kurz hochgeilt und Dorans Shield deswegen sah er so unglaublich zentrales was für Deathwerte ja was du denn noch nicht? wie kann sich der Renga Deathwerte machen? ja, nehm er sich halt, kriegt er doch glaube ich noch Rüstung und Geristenz ehrlich? hm sind wir so gebufft? der, der, der eher so oft Renga spielt ne, das kriegt mich so oft, dass ich noch an den Gurt Problems verreckt bin, ne? ich glaube, wenn wir keine Nachricht bekommen ja, er kriegt ja auch nicht mehr hat man doch früher, oder? ja früher, aber dann hab ich's weggemacht damit ihr nicht lachen könnt aber zum Glück erzählt es uns ja ja, da können wir trotzdem lachen da sehen die Leute eben da kommt er, da kommt er, da kommt er bin schon weg hier, alles easy, bin schon weg das Mike, ey, das Mike aber er versucht erstmal von jetzt sagen sie mir, jetzt sagen sie mir Wallet er versucht erstmal so ein Gespräch anzufangen, so damit wir abgelenkt sind ey, ich muss sagen, Dirk hat's recht schnell gesehen ja, Dirk ist ja auch OP bist du eigentlich immer noch da, oder bist du weggeportet? er ist weggegangen das hast du ja nicht gesehen, ne? er ist gegangen auch noch das hab ich nicht gesehen das hab ich nicht gesehen ist hochgegangen das hast du ja nicht die Glocken das hast du ja nicht die Glocken Ding dong dong Ding dong dong die Schwierigkeiten ein bisschen treffen, tue ich aber nicht wo? was ist hier los? was ist hier los? ich bin weg ich bin weg oh, sehr schön gemacht die Kneid habt ihr auf mich gezogen? wieso nicht auf Kate? ja, ich wollte dir nur Angst machen das wäre aber tot gewesen deswegen ja versuch's weiterzumachen der Dirko ey, Dirko ist OP weg, weg, weg lass ihn einfach Dirko macht das ich hab doch voll HP, Alter wenn ich einmal meine Passive durchkriege bei Kate, ist sie tot ey, aber da hat man doch weiß was hat man doch wieder krass gesehen wie asozial Tanki Brown ist, oder? was? wer hat mich denn geschlagen? das hab ich gesehen ey niemand ist auf mich gegangen du hast einmal einen Kuh auf mich gezogen beziehungsweise halt du hast Marvin so gut supported, dass weil ich ein guter Supporter bin echt jetzt? oh mein Gott fast schon wieder gestorben an dem scheiß Jungle bei dir läuft oder was? läuft bei dir! ich hab keine Rüstungsruhen drin ey das merke ich jetzt richtig dass der Jungle mich dann richtig pflückt Flukeritis äh Flukeritis ich wollte schon elf Flukerino schreiben ah klasex, wie lange willst du noch im Toplane Gebüsch bleiben? wie lange steht er da schon? die ganze Zeit die ganze Zeit naja der denkt wir sehen ihn wollen es ah zu gut ich wollte nur die Land pushen mal weg oder was? ey Beckerino wir backen jetzt den Chino was meine Niederlady sagt sie braucht den Bluboff nicht das ist eine seltenheit ich warte noch eben 25 Gold für schon ja mein du Peser wobei ne doch doch ja mach ich 15 was hat Catelyn? Catelyn hat genau dieselbe, so ist sie wie ich wir waren grad irgendwie ziemlich schwachen German wobei es geht weil du keine Rüstung hast ich bin ja gleich auf dem K6 auf also Catelyn und ich fahren uns einfach nur hier in Wolf ab was ja jetzt nicht unbedingt gut sein muss I'm serious siehst du nicht Level 6? was hatten die Catelyn 58 du hast 58 sie sind noch nicht, jetzt ist sie Level 6 jetzt ist sie Level 6 ja und der Deko war nicht da, muss ich aufzeigen Plop oh da kam sie aber ziemlich gut weg ja hättest du ein Ding mal getroffen, dann wäre es nicht easy das geil ist, ist diese Kritikfähigkeit von Deko gleich minus 8000 wer soll das ich? was? aber die Leona kann man kriegen aber die Leona kann man kriegen warum hast du nicht die Leona einfach nein nice Flash rausbekommen er steht immer noch 0-0 bei Minute 10 oh sind Culling in den minions Culling oh na dive doch dive doch wir sollten hier mal langsam aufpassen wo ist Wukong, ach da ist Wukong fuck ihr habt ein Warp, ihr Penner gut dass du das sagst ja ich dachte auch gerade so fuck wie das sag ich das so oh ey da würde ich so gerne reingehen die banken mich so dann ja aber diese die scheiß äh Leona ist halt auch noch mit dem ganzen CC Stuff davor habe ich Angst dann würde ich da auch reingehen aber keiner hat mehr Ultis habt ihr schon geflasht? ne wer hat geflasht? ne ich hab noch alle Summers das ist das Gute das sie schon raus geflasht hat und ums geht sie super oh fuck oh fuck oh fuck man komm zu mir im Fotze ey Dott Marvin der tötet mich du hast doch gar keinen Mahner gehabt ich hab doch extra ge... willst du mich verarschen? ich hab extra geflasht ob ich noch nicht rankomme Alter der läuft einmal weg ey Dott Marvin ey Dott Marvin ey Dott hau ihr ab Alter ich hab das gesehen ne ich hab das ja auf Band hier wie Mario hat mich einfach tötet unglaublich ja der wollte er hat überlegt geh ich in das gewiss schon nicht und ich hab wenigstens noch den Heal rausbekommen also worth naja die Ulti von Kater äh Katelyn ist auch draußen ne aber Heal ist mehr wert nicht für uns mehr Boss und so wie siehts eigentlich aus ich glaub Nirelli hat Props ohhhh das seh ich am ganz ganz äh un... wenigsten mit was also wer baut mit oh hinter dir ja nein ich hab ihn nicht getroffen nein Dott disengaged achso Katelyn hat die Ulti durch die Falle well played hey heck ey was macht ihr denn da das war... hat uns äh die Nüsse rasiert das war echt gut gemacht von denen aber ich muss sagen Träne auf einer Niederlea gar nicht mehr bauen und wenn man dann noch gegen den Set spielt ist es noch schlechter er ist 0-1 oh ich glaub ich könnt sogar die die Katelyn äh die Leona ziehen unter dem Tower 1-1 schade 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 ey das wär so'n geiles Play ne hör auf damit ey ich könnt ja echt wenn meine passive durchgeht ich hab für Youtube muss man ich hab sogar noch äh Ignite lass dich nicht trollen hier von euch und ich hab meine Ulti ich könnt die... ah fuck jetzt ist es Katelyn du hättest das richtig gekonnt ich hätte sie echt knacken können vor allem... ich seh schon den Kontakt ob der nach Leben draus zu kommen wäre ne aber... Deko du bist richtig gut geworden dat Michael dat Michael ne aber ehrlich ich hätte hätte ich machen können hätte geklappt bin mir ziemlich sicher ich weiß nur nicht ob ich noch leben draus gekommen wäre oooohh ich hab einen Last Hit lol ich hab schon 15 Last Hits heheheheh ich hab ja fast so viel wie... wie Marvin ja 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 relativ auskirchen auf der bot muss ich sagen eigentlich nicht... eigentlich gewinnen wir wenn du nicht immer ganken kommen würdest naja das... Step QQ jetzt ja komm oh das war doch so OP alter NEIN er ist schon wieder da das macht mir nichts das macht mir nichts NEIN Hilt ihn? ok... da bin ich auch losgelaufen weil er hinten so nach vorne gestürmt ist ne? ja ich hab doch alles getroffen das wär so gut gewesen alter und dann... ich sag's auch noch in dem Moment ne... wir würden gewinnen wenn du nicht über Ganken kommen würdest instantly ist Wukong wieder da 1 4 steht jetzt plötzlich hoppala hoppala ja und Braum der Fieder 128 Farmset oh sehr geil du kannst uns echt... ich war grad richtig verwirrt alter du sagst 1 4 und ich so hey ich bin doch schon zweimal gestorben aber ihr seht das ja nicht dass ich exigiert habe wie du bist schon zweimal gestorben ja das war kein Witz ehrlich? ja das war kein Witz nee aber das zweite Mal sagst du jetzt wäre ich fast schon wieder gestorben nice mach den Auto-Tag noch please please das wär gut das wär gut wenn er stirbt oh shit tut der aber nicht vorsicht Braum und Dingskomm haben sie da gewartet aber warum sagst du wie sie sagst du uns das vorsicht Braum und Dingskomm ach was das sieht ja wirklich aus zurück geht einfach so schon weil ich mir so blind vertraut ja diese Technis hier von Mike den Dicken hol ich wenn... alles Mindgames zu... man kommt ja nicht umsonsten dir na K6 wie lange willst du bot stehen? ach ihr habt da ein Wort gut zu wissen ja klar komm so nen Spaß muss ich mir jetzt auch mal machen muss sagen ich mag diese Ulti von... von den Chogo nicht na? komm Dego geh rein! oh! halt die Schnauze ist falsch bei dir alter war runter ehrlich mal war runter beruhig dich wo ist denn der Wukong Wukong ist top das heißt wir können jetzt ordentlich Truppe machen hier Truppe! obwohl die sind level ahead ich fick die trotzdem ich weiß noch nicht ob Leona dich fickt ja das weiß ich eben auch nicht aber du würdest du da gleich mal was versuchen da? oh war schön oh! jetzt noch? ja ich hab leider nicht getroffen das war so ein bisschen naja ich werde zu Wukong ist schon wieder aufm Weg zu machen das ist top Wukong no ulti eh nicht ja nicht würdest du uns bestimmt sagen wenn du keine Ulti hast ey ist er immer noch da? Wukong ist immer noch top jetzt ist er tot jawohl sind du bist einfach geil drauf unser set carried uns wer ist das? wer ist das? guck mal nach da playas playas carried uns da mein 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 strom hier wieder ansteppt sind bleib bis go down oh wollen wir hier die Leona Dingsen? naja warte 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 ja doch die schnauze alter wieso sagt warte 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 die sagst du nicht ich geh weg oder so warte ja das wollte ich ja nicht unbedingt Mike in seine Rache werfen dass ich jetzt weggehe ja das fand ich auch gut jetzt jetzt konnte ich nämlich auch direkt wieder weggehen wo ich weiß dass Das Mike, er trollt uns einfach. Musst du kontern. Ach, da war sogar ein Pinkie. Pinkie, Pinkie, Pinkie. Der Pinkie, der Pinkie, der Pinkie und die Brain, Brain, Brain. Oh, das wird so geil. Ey, ich wusste es. Warte, ich bin nochmal weg. Nein, der hat doch geflasht! Braum, tu strong for you! Jawoll! Ich war so klar, dass die da beten, aber gut für uns. Los! Nie im Leben. Jawoll! Out to attack OP. Oh yeah! Oh, das war so geil. Worf, ich hab mal ein Bossa gekillt. Aber das war so gut, weil wir wussten, dass du da im Busch bist, Alter. Und ich pein die ganze Zeit. Da ist Mike, da ist Mike. Und Zett ist sofort angekommen. K6 war auch da. Ja, das stimmt. Niederl, der ist ein bisschen Afghani bei uns gerade. Ich wusste nicht, dass du noch einen Flash hast. Ich bin stolz auf mein Team. Sehr schön gespielt. Die Niederl... Die... Die... Die hat SS gesagt, aber... Die muss dann pushen oder warden oder irgendwas. Und die baut... Oh, die hat gar nichts, Alter. Guck dir mal das Gear an, ey. Oh, Drake. Na gut. Ah! Das ist also gewordet? Na ne, aber Zett ist hingegangen und... Ihr seid ja auch dann hochgegangen. Oh, yeah. Drake, kostenlos! Oh, oh, oh! Oh, was machst du da? Das, Marvin! Wie er aufpasst! Wie er aufpasst, was passiert! Ey, das war echt fail von Marvin. Wieso? Ich hab doch hier grad ein Wort gestellt! Ja, wieso du stellst da ein Wort? Warum, wenn du hier genau siehst? Hättest... Hättest sehen müssen, dass da was abgeht. Wusstest du ehrlich, dass Zett da um den Camps? Action, Action. Ja, der hat sich wahrscheinlich auf dich verlassen, ne? Ja, das ist der Kerl. Ja, das ist es. Oh, hier ist zumindest irgendwo ein Wort. Ja, Zett kommt schon wieder, ey. Ja, Zett ist da. Kommt gleich, pass auf. Ja. Ja, da ist er. Komm wohl. Wir wissen nicht wo... Oh doch, darfst du wohl kommen? Go, 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 go! Springer Minion! Ja, ich komm doch nicht ran! Bist du getroffen? Bist du getroffen? Wie sie mein Ulti lodged. Oh, yeah! Easy peasy. Obwohl die Ulti nicht getroffen hat. Obwohl die Ulti nicht getroffen hat. Aber Digitierung, glaub ich. Hier, da ist sie. Hier ist sie. Nein! Hast du echt nicht getroffen? Und du bist echt in eine Falle gelaufen. Ja, Zett! Zett! Schade, echt. Hallo, Papa kriegt schon einen Puff ab, oder wie? Ich weiß nicht, wie wir... Geil support! Geil support, oh yeah! Jawoll! Oh, ist das geil, ey. Ich weiß nicht, wie wir den Zett stoppen wollen. Wie wollen wir den Zett stoppen? Wie ist das? Wie ist das? Ja, wie wollen wir das machen? Vielleicht bieten? Wir können ja ein paar Mal irgendwo reinbieten. Ja, gerade hab ich das schon geschafft, hier, mit Nida. Genau, weißt du immer. Ich bin weg, ciao! Jetzt wurde ich reingebeitet. Oh man, Bossa, du kommst sowas von nicht weg. Warum wurde ich gerade verlangsamt? So was von nicht weg! Nein! Oh, da bist du leider... Du bist um die Kurve zu früh gegangen. Ich hätte das weiter gerade ausgehen müssen. Nein, er hätte die geilen Schuhe, deswegen. Er hätte die Galabox-Schuhe. Galabox! Aber habt ihr diesen Wukong-Damage gesehen, Alter, mit Ulti? Das ist so apathisch. Habe ich nicht verschwunden. Ich hätte gerade mein Blackleaver fertig. Oh. Genau, Lorenz. So fühlt sich das an, wenn man einen Drachen verliert. Dead Cards! Du wieser F***er! 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 Das war ja auch der Sinn der Sache. Sooo, was kauft man sich denn jetzt noch? Also Caitlyn, die schnappt sich hier ein... Kauf dir mal, äh, Hurricane. Hurricane? Nee, das bringt ja was. Nee, Hurricane, Hurricane! Du kannst mit Trinity Force. Blutdurst und Trinity Force sind die 2 Standard-Items und dann lass losball. Hurricane ist aber nur auf AP-Worbeit gut. Geh rein! Geh rein! Ich bin geslowed. Und ich treff die Leute nicht. Pass auf! Shit! Die Bots ist voll! Ja, getroffen! Pass auf! Nein! Jetzt scheiß! mach doch was oh ja nein du bist aber in die falsche Richtung, ich will so bis nicht zurücklaufen puh du kannst ja zu viel laufen müssen nee, du warst schon zu down ich hätte aber noch was drauf bekommen ich hatte doch noch mein Schild, ich hatte meinen W, der dich auch noch Rüstung gibt und meine Q ich dachte, ich hätte meinen Flash, der die ganze Zeit F gerückt, nichts kam und dann musste ich an meinen D drücken und dann war ich schon zu weit drin puh, das war close ey close, close, close intense, very intense und schon wieder El Wukong ja, El Wukong schon wieder auf der Botland hey, Qhzix hat das ganze angefangen, ja? was hat der angefangen? wirklich, Qhzix er war einmal auf der Botland für einen guten Gang, einmal er war doch jetzt gerade auf der Bot, ich habe nur einen Countergang gemacht wo war er auf der Bot? ja, du bist doch mit ihm reingegangen ich nicht natürlich, und Marvin kam als drittes Erste zu stimmt nicht naja, habe ich nicht ausgetaucht ja weil du ein gemeiner Mike bist nice, der kriegt auch noch what the heck? Marvin, Marvin, kommst du? ja oh, wie geil Braum ist, Alter, er ist einfach so lecker er ist einfach so fucking lecker guck mal wie ich 10 Leben verloren habe oder so höchstens oh, oh ooooh ooooooh so geht's wie es ist nur 1 Kill HAPPY CHALLO Du machst nicht die Ulti, genau. Ey, bleibt ruhig hier, ja? Fahrt runter, fahrt runter. Ey, aber schon wieder Wukonger-Verbot-Lane, Alter. Das ist... Aber das ist typisch. Ja, er scheiß farmt uns einfach. Wie heißt das? Sittet. Er sittet uns. Ja, wenn ihr nicht richtig wallet, dann freu ich mich heute. Das wird direkt bestrafen. Ich will euch ja auch noch was beibringen hier bei dem Gameplay. Ja, okay, stimmt, diesmal hab ich. Nicht gewartet gehabt. Oh, 19 nicht! Warum? Too much damage. Was ist das? Fuck you! Wo bist du? Aber ich bin schon in die richtige Richtung gegangen. Wo? Ja, jetzt muss ich sagen, im Early hat er bekommen ein paar Probleme, ja? Erstmal wieder aufpassen. Oh, schöner Treffer von dem Deku. Alter! What the heck?! Rengu macht hier echt alles, Mann! Und es hat trotzdem nichts gebracht. Ich hab umsonst getrennt. Was für eine Kha'Zix und Rengar? Hauptsache, die machen nichts! Die gucken zu, die sind full life! Die sind full life und machen nix. Und der Kha'Zix läuft doch noch in seinen Tod. What the heck, ey! Aber das war echt ungeil, muss ich sagen. Kong ist jetzt ziemlich geil geworden auf einmal. Weil nichts passiert ist! Nachdem ich mich bei euch hochgefahren habe. Aber das war so geil gespielt von mir. Den Mike da getroffen und den Mike noch einmal getroffen mit der Ulti und dann noch den... den Mabossa vor Kha'Zix Ulti beschützt. Und es hat nix gebracht. Es hat nix gebracht. Habt ihr einen Dragon Timer für mich? Dein... Anus hat Dragon Timer. Ich weiß, wann er kommt, aber ich sagst du nicht. Ich darfst du selber nachrechnen. Einfach nur aus Prinzip. Hm. Schade. Oh, wir brauchen ja nur Rüstung gegen euch. Wie geil. Anstatt mich das Ding machen zulassen, ne? Why? Was, der steht immer noch da? Der stand da seit 20 Minuten oder so. Der Blue Waff? Seid ihr unterwegs, oder was? Nein. Der Red Waff? Ja, der Red Waff. Beim Red Waff sind wir gerade. Zauberaar. Was zum Teufel. Kommst du auch mal her, um mich zu saven du, mir sofort? Anstatt... Ey, wir hätten da so gut kämpfen können eigentlich. Ja, ihr hättet richtig kämpfen können gerade. Der Red Waff schon tot. Jetzt wollen wir reingehen? Hätt ihr alle behindert? Ey, dat wukong, ne? Was? So knapp! Sie hatte noch Heal! What the hell? Fast, ey. Fast. Ey, diese Caitlyn, die hatte echt blutige Eier, ey. Das kann nicht wahr sein. Kriegst du mich eh nicht, geh weg. Das stimmt, du würdest mich ja sehr gerne auf das kriegen. Was? Nein, ich wollte sogar flashen, das Stun von Jax, Alter. Raffin, bist du gestorben? Ja, und das mega, 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 mega knapp. Sehr vorsichtig, dass ich aufgezeichnet hab. Oh, das Game geben wir gerade richtig krass aus der Hand, muss ich sagen. Nö. Ganz ehrlich, ich muss sagen, wenn mein Ulti so durchzwirbelt, Wukong macht unglaublich viel Schaden. Das ist doch wohl ja ziemlich tanky, brauchst du eigentlich, ne? Jetzt denken, ja, naja. Leck lieber und... Blizzard ist schon viel Damage auch. Darf man nicht unterschätzen. Wenn man halt vergleicht Kha'Zix und mich jetzt, also da geh ich richtig ab. Ähm, Jax auch gut dabei. Und wenn Mabossa ist im Grunde noch... Ne, Zett und Mabossa. Und Zett kam ja... War während des Teamfalls die ganze Zeit nur auf 5%, ne? Mhm. Wer hatte der eigentlich? Ey, stimmt. Wär der Zett voll gewesen, der hat ja nicht mal wen geholt, dann hätte er gewonnen, weil es war relativ knapp eigentlich. Ja, trotzdem, das mit der Catelyn, das geht mir ja gerade mega auf die... Ja, ja! Ich glaub, Brown muss ein bisschen... Halb Zett auch vielleicht noch ein bisschen geschützt. Ich bin da schon hinter mir hergelaufen die ganze Zeit, aber ich kann mich nicht dran an. Ja, 5% ist halt doch ein bisschen zu wenig dann, ne? Wo sind denn die schon wieder? Die sind alle weg! Oh, oh, ich seh dich! Was? Was macht Brown auf der Toplin? Nein, es hat dich nicht mehr getroffen! Jawoll! Ah, und dann sind schon wieder alle hier! Ich denke, ich bin da nur gegen Wukong, auf einmal ist der scheiß... nur gegen Jax, auf einmal ist der scheiß Wukong auch schon wieder da. Guten alten Wards. Ey, scheiß Wards, wieso gibt's die überhaupt? Total, total unnötig. Wenn man sich recht überlegt. Das killst du. Leu, wieso geht da überhaupt noch Action? Ich hab die schon lange zurückgegangen. Oh, gut. Oh, gut. Oh, nicht so gut. Ich hab die auf einmal gespielt. Oh, gut. Oh, gut. Oh, gut. Der Tower ist gepenissed. What the heck? Mach doch noch einen Hit drauf! Nein, der ist weg, Schiff. Den kriegen wir noch. Ja! Was ist da hin? Unten, unten. Pack, wieso ist die Bombe passive noch drauf? Ah, wie lange hält die? Wie lange hält die? Braum ist OP, hier ist auch Nidalee. Ja, ich bin da. Nein, Jax, Jax. Dieser Ulti von Braum, die hat mich nicht überzeugt. Alter, dieser Braum, ne? Aber es kommt kein Damage. Der scheiße Z ist halt die ganze Zeit nicht da, weil er immer tot ist. Weil du nicht mehr fokust. Ich brauche hier Damage, weil ich die ganze Scheiße schon fresse. Ja, kriegste gleich. Leider ist Kasich aber Insta, so. Insta! Der kann nicht mal teilweise Damage-Output machen. Ja. 14 zu 30, what the heck, ey. 7-1 Jax, das ist doch schon in sicheren Taschenbüdie. Ich hab ihn auch gesittet, top. Also ich hab irgendwie bottom top gesittet. Nein? Der Sitt ist einfach zwei Lanes. Dem Diamantskills. Bzw. ich hab viele Counter-Gangs angesetzt. Und Kontingen sind sie für bekanntliche OP. 7-1 Jax ist echt schon bösartig. Und, ach so. Aber wie drehen das noch? Ich rieche das. Für mich riecht es nach Penis. Oh nein, ich will wieder einsetzen, Sherman! Wieso wusstest er sich denn? Der Ohr muss der Wollgärend sein. Oh, 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 oh. Aber ich riecht das jetzt, Alter. Oh, 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 oh. Komm, trieft ihn doch mal! Ey, wieso? Ich wusste Damage! Alter, bist du ein Tankier aus dem ... Du wirst so einen Kill! Tänkst du! Tänkst du! Tänkst du! Warum räumt unser Tänkst nicht auf? Der ist vor... Weil der dich die ganze Zeit an wollte. Nein! Aber das wird so was von worth it sein! Nein! Scheiße! Was?! Ich dachte gerade! Der Tauer hat ihm zu viele Hits gegeben, du wärst ein Fanta gewesen. Ich lauf da rein und war Insta tot. Ich glaube noch bevor du angekommen bist und die Deathwerte erhalten hast... ...war ich tot. Er hat mich irgendwie... ...hat er mir irgendwie ein... ...Blade of the Ruined King, ey. Das ist komisch, ihr habt eigentlich mich gefokust, das kann man so sagen, ne? Ja, also ich zumindest. Und trotzdem kam der Damage aber nicht von dem Rest. Also das finde ich gut, also müssen wir jetzt einfach nur noch mit der MyGP weghauen. Ja, okay, mach das ruhig weiter. Ja, ja, ja. LOL! LOL! Und die Nieder kriegt ne Kill! What the heck? Was ist da gerade passiert? Er hat irgendwie noch Damage aufgab von Nieder und hat mit richtig low life versucht, noch den gegnerischen Blubuff zu stehlen. Er hat von dem Blubuff umgehauen. Und Nieder hat den Kill. Er hat vorher ne Falle getabt von Niederle. LOL! Geil, ey. Ne, aber man könnte schon sagen, dass ich an dir drangeklebt habe. Aber du hast auch so lange überlebt, ne? Es kam kein Damage. Ich hab die ganze Zeit da auf dich draufgehakt und die Pest hilft durch und meine Ulti auf dich und trotzdem bist du richtig lange am Leben gewesen. Das wird doch noch mindestens genauso schlimm bleiben. Bei mir ist das Problem, wenn ich ein bisschen Lärmisch machen will, kommt direkt Jax von der Seite und knödelt mir direkt ins Gesicht. Oh yeah. Ja, ins Gesicht knödeln vor der Seite. Aber hier hat Jax zu lange gewartet, der hätte in dem Fall mitmachen müssen. Drake, 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 Drake. Oh yeah. Wer hat auch den Speer nieder? Oh und sie baut Lichspern. Auch nicht gut niederleer. Macht man nicht mehr. Du hast wirklich die ersten und zweitens falsch gebaut. Oh damn it. Jawoll! Sehr geil! Das ist wieder Jax? Oh, schöne Leonhautin. Ja! Da war ich einfach tot. Und der Z hat die ganze Zeit da mit 6 gefightet. Oh oh! Da war ich einfach tot. Fuck ey, viel zu viele. Warum immer auf mich und nicht auf Jax? K6 ist doch voll? Was ist denn hier wieder verkehrt? Ja. Das war doch wieder relativ knapp. Was wollt ihr? K6 ist einfach full live. Ja! Was ist denn los? Der mag mich halt zu sehr, ne? Der macht jetzt extra. Oh, mach doch was! K6, was ist los? What ey? Ich wills aus eurer Sicht sehen! Ich wills aus eurer Sicht sehen! Oh, das ist ja schlimm! Ey. Er versucht es ja auch nicht mal. Er sagt doch mal, K6, bitte. Mach deine Fähigkeiten. Also, er versucht es ja nicht. Das ist das Problem. Ich will wenigstens einen Versuch sehen. Leute, bei wo? Rengel? Hm. Hm. Interessant. Hä, aber wieso dich revive? Ja, das ist ja interessant, ne? Dezent interessant. Interessantino. Hm. Voll komisch. Irgendwie schon bei Minute 37 Max geht's da. Was? Hä, was ist denn falsch bei dir? Bei mir läuft. Was hast du denn für Stats? 15, 6, 14. Das Spiel geht schon 40 Minuten! Jetzt musste ich irgendwas aufgeben. Kannst du, macht der Rengel da schon wieder? Naja, jetzt macht er seine Ulti. Der wurde gut erwischt. Hat gut kassiert, ja. Sieht so aus. Oh, ich will nur, dass unser... Aber jetzt soll er nicht Balls kriegen, nur weil ich hier bin. Jetzt krieg doch mal die scheiß Passives jetzt durch! Ey, die müssten dich nur stunnen, ne? Aber ich mach doch keine Auto-Attacks, wenn meine Passive drauf ist. Na, ich hab die alle hochgeschleudert, ne? Die wollen sie in deinen Auto-Attack machen. Wieso tust du das? Passiver. Wow, jetzt geht's ab! Warte, ist dieser braunen Tank hier, ey. Das ist übertrieben. Er lebt immer noch. Aber jetzt geht er weg, weil er noch 70 Leben hat. Jaxx, mach den Tor! NEIN! Es hat ganz leicht! LOL! Oh mein Gott, ey. Es läuft einfach nicht bei mir. Ja, Mike spielt... Mike, Mabossa spielt schon ein bisschen Grütze. Nee, ich komm einfach nicht ran. Tanky-Brown ist wieder da. Bei denen ist einfach jeder Tanky, dass das... Alter, ich brauch anscheinend... Unser Tanker ist nicht vergleichbar mit unseren... mit deren Jaxx, das geht gar nicht. Und ja, dann, was willst du machen? Deren Wukong ist tausendmal besser als unser K6. Midlane haben wir zum Glück den besseren. Und ich glaube, ich bin auch noch mehr wert als... Catelyn. Das ist das Gute. Guck mal, man. So ein Midlane an, was du für das Starts hat, bitte. Was?! 10-2?! Was?! Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich auch nicht, deswegen hab ich schnell geguckt, so, weil du das meintest, und dann... What?! Aber wir haben ja auch noch den besseren Supporter, ne? Ah, das kann ich sogar nur bestätigen. Ah, auch gleich kommt der unsichtbare... Chocorino gleich wieder an. Nein. Nein. Der Ton voll schon. Dod. Das hitten lassen. wir haben echt ein dezentes problem aber hier wukong ist nicht da jetzt können wir hier ein bisschen was machen ach sie ist das rote trinket muss ich noch kaufen kriegt karsis kate der kriegt dich was er kann der kann die doch kriegen eigentlich oder nicht müsste karsis die kate nicht zerfleischen nach dem jump sein net shots ins gesicht kriegt er nicht aber sonst schon wie sie alle rüber hoppen alter disengage 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 jeden fall disengage oh ja da trifft nix von der ulti mehr dieser dämmel ist er noch ein paar Jahre dass sie gerade richtig selber gedrückt doch was das so was regeln überlebt wird ich habe 320 Rüstungen und ihr nur am Ende Prozent an den deswegen ich komme nicht nur andersrum sondern aber dass ich mit der Welt ja noch zwei erwischte so frech ich kann mal eine wenn es dann sein wird es nie nur und seitdem muss er war so Römer über mann mit einer PS und ich war da auch mir gar nicht aufgefallen weil wir sind noch nicht sparen und dann habe ich so etwas gesehen müssen später Und wenn der Rango noch so weiter Tank baut, dann habt ihr noch weniger Damage. Hm, schwierig, schwierig. Naja, eigentlich könnt ihr Surrender. Niemals. Never surrender! Seiden ihr macht jetzt schon einen Burn. Zwei sind in der Base und ich bin Baut. Eine einzige Chance. Aber da Braum schon weg geht, glaube ich nicht, dass ihr Baron macht. Vor allem, weil ihr ein Wort habt, ihr miesen Chogos. Oh yeah! Im Baron drin, quasi, habt ihr ein Wort. Ohne Mana? Deswegen ja! Uh, Kha'Zix nimmt den, jawoll. Hab ich schon gewundert, ey. Hauptsache, alle haut einfach ab. Ja, ich dachte, ey, wie lange wollen sie noch weiter? Das wäre so geil gewesen, wenn die alle weg gewesen wären. Pass auf, hier ist Chogsis irgendwo. Nö, da ist okay. So. Schau mal. Noch was? Ich komm' nirgendwo ran. Leute. Scheiß drauf. Geht doch einfach weg, Alter. Leona, du brauchst da nix versuchen. Was bringt dir das, selbst wenn du jemanden stunnst, liebe Leona? So, gleich bin ich da. Oh, nice Spear. Oh, die Catelyn macht was Gutes hier gerade. Alter, die hat dir doch schon empfiehlt jetzt. Die macht doch, die kriegt... Oh! Oh! Die kriegt auch die ganze Zeit Support, indem sie einfach nur ihre Ulti drückt. Und du dann den Rest machst. Oh! Oh! Bonissimo! Mhm. Wahnsinn. Nee, das war alles so rein. Der Schotter, der Schott, der Schott. War das ein guter Call von mir? Nö. Wann ich auch nicht? Nicht besonders. Die sind nicht besonders. Tor Chris. Das machen die auch noch Blue! Los rein da. Er hat's gerochen, Alter. Wie ich mir selber damage mache, das ist doch nicht mehr normal. Ich liebe Dornpanzer. Schade, ich wollte deine Ulti rausbaiten, lieber Braum. Oh, Mann! Oh, Mann! Das ist... Aber BESTWARD EU! Was hast du gegen mein Wort? Aber, dass die Niederließe da so snacken lässt. Komm da nicht hin! aber es war wieder so aufgesplittet das war echt krass aufgesplittet also ich seh ja dunkel-dunkel-orange für dieses game ja das sehe ich schon die ganze Zeit so sehr dunkel-orange aber schön Jax, schade. Hast du auch geflasht oder was? ne, hab mir die gemacht die hat direkt nachgegeiert ne ja hehehe 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 oh wie lange ich tot bin du, der Rengar kommt ich will dich haben kriegst du nicht, Bro hohoho, krieg ich doch NEIN, ich hab deinen Scheiß ich hab einen getroffen oh, dann treff ich nur den Scheiß Schatten kannst du nach vorne dashen? oh, jetzt kann ich wahr sein kann ich wahr sein äh f**k you da taun's aber ich habe zweimal gelacht zu meiner Verteidigung sprint spring всего so springs ja Ich spreng, ich spreng, ich spreng, ich spreng! Oh, war das schlecht von mir, ich dachte, da kann man irgendwie reingehen. Ja, genau. Overextended. Aber Hauptsache, ich hab den weggehämmert. Das war so schön. Ja, den Mike haben wir erwischt. Weil er noch lachen musste, er hat sich halt irgendwie... Mir hat mein Abo ein Bild geschickt. How I feel when I kill Mike. Ja, hab ich schon gesehen. Was ich besser gezeigt, glaub ich, ne? Ich hab 5000 Gold, ich weiß nicht, ob ich mein Bild optimieren kann, also. Wir sind gleich so max-equipped alle, dass wir das noch umdrehen. Nein, das glaub ich nicht. Du hast auch nicht geglaubt, dass wir ihn noch erwischen. Ich wollt grad sagen. So fängt's an, ne? Da will ich nicht unbedingt raus. Können wir noch mal was kaufen? Können wir noch mal was kaufen? Ich hab jetzt mit Teil gewechselt, ob das gut war. Kann man das irgendwie wieder... Kann man das irgendwie widerspiegeln, dass es Dornrüstung schaden? Ja, kann man wieder zu spielen mit Dornpanzer? Du brauchst, äh, du brauchst es dann einfach halt, ne? Leitleitrig. Weil ich fand das schon echt extrem knacko, was da das angab. Ja, ich hab das schon mal gemacht, ne? Ich hab das nicht gelesen, ne? Ich hab das nicht gelesen. Alter, komm, der Tor macht mir nix, Alter. Boah, wie geil. Null damage vom Tor. Das Braum, Laufbitches. Nein, Kha'Zix! Ich tanke immer noch! What the heck? Yes! Yes! Ey, ich bin so unglaublich tanky einfach nur. Ey, aber guck dir diese tanky Braum-Maschine an. Jawoll! Braum-Maschine! Du hast gerade ein Level ab. Was? Ich hatte ein Level ab? Ne. Doch, doch hatte ich. Tja. Ich würd' sagen, aber es war calculated. Nein! Oh, diese Nieder! Die hätt' ich ja sowas von weg gesehen mit. Ich mach' ja auch richtig geilen Devils. Ich hätt' ja nie was gedacht. Endlich Tartek, da macht er mal was! Lol. Und stirbt auch instantly. Alter, sogar von meinem Klon wird Dorn-Panzer- Oooohhohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho- Oh, yeah! Facial OP! Ja, GG! Oh, das Ding ist echt geil. Fapp, 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 fapp! Hast du's nachgemacht? Der Dicke. Das macht grad Spaß! Oh nein, schade! Ja, Mutatis, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann, danke Mike fürs Mitmachen! Sehr gerne, ich stomp euch immer wieder gerne. GG! Das, Mike. Oh, ja. Also, Muchachos, reingehauen! Bis zum nächsten!